Achso, nehmt ihr schon auf. Und hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder da. Was? Genau. Wie gesagt, ich nehm jetzt am Stück auf und schneid dann danach. Hatte ich mir so gedacht. Hier ist ein Lüft. Hier geht's nochmal runter. Warum? Was ist hier? Ich will nur gucken, was hier ist. Warum kann man hier lang gehen? Von hier sind wir gekommen. Ah! Hier lassen wir aber ganz schön knallen, Jungs. Oh, dann nimm wir den mal. Der endlich macht Ruhe hier. Ah, neue Punkte. Nein. Nein. Ich muss hier einen Punkt vergeben. Ich muss... Was ist das hier? Zauberschaden, Feuerschaden. Ist ja alles Magier, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch gar nichts mit Feuerkraft. Hier geht ja alles... Hier ist alles sehr... In einem sehr schlechten Zustand. Da ist aber der dritte Kristall. Die Mechanismen in der Pyramide rumbohren und sprühen... Aber die Seelenenergie fließt weiter. Wir müssen den Magiekabeln folgen. Sie führen uns sicher zu seinem Vorrat an Seelenenergie. Das Kabel führt mich in einen Raum, in dem ein gehaltenes voller Tank vor Energie vibriert. Reinhauen hat sich als zielführend erwiesen. Wieso sollten wir jetzt aufhören? Ah! Wieso kann ich keine intelligente Rosenflüte zum Freund haben? Jo. Halt. Jo. Wäre ja gerade wieder verkauft. Dann können wir ja wieder Sachen sammeln. Äh, geht nicht. Ihr Narren! Das Ding ist völlig unwichtig. Äh, hoppla. Das stimmt nicht. Äh, ähm... Der Dragonlord scheint außer sich, als ihr das Gerät zerstört. Schergen! Schützt den Tank um jeden Preis! Äh, Moment. Wie macht sie das? Warum sorge ich mich um das Teil? Es ist doch nur eine Klimaanlage. Die Klimaanlage ist wichtig. Halt! Bist du schon rum? Halt! Halt! Nutzya! Was willst du? Eine Belohnung? Ich bin doch wach und wannen. Was ist das so? Er ist ungeschützt. Zerstören wir ihn. Er hasst die Vorstellung. Ihr wisst nicht, womit ihr herumspielt. Und ich auch nicht. Stopp! Es stellte sich heraus, dass der Tank die Seele der langverlorenen Liebe des Dragon Lords enthielt. Er wollte seine geliebte Bernadette wiederbeleben. Das war die ganze Zeit sein Motiv. Tolle Wendung, was? Wow! Welche Offenbarung! Bernadette! Ich räche... ich... niemanden. Ich kenne überhaupt keine Bernadette. Siehst du, dass sie mich wie eine Marionette benutzt? Oh, der Dragon Lord lenkt die gesamte Seelenenergie, die ihr im Seelenschwert entlassen habt, an die Spitze der Pyramide! Das sieht übel aus. Ja, das ist richtig übel. Ich trinke erst mal was. Mach ihn platt, Neuling! Du schaffst das! Du bist immerhin der Schicksalsbringer! Und was macht ihr beiden? Er jetzt. Boah! Liegt das hier noch irgendwo? Versteckt? Ne Murmel ist? Zutrauen würdig denen das? Den Entwicklern kann man hier alles zutrauen. Vor allen Dingen, die kann man hier schlecht erkennen. Und wenn ich hier draufgehe... Aber das muss ich wissen. Ah, hier ist wirklich nix. Ja, das ist alles ein bisschen kaputt hier, ne? Heh, jetzt ja. Jetzt sind wir hier. Ah, den Katapult. Ah, alles klar. Aber erst gucken wir mal hier rein, was wir hier so finden. Äh, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Das will ich. Hier ist wieder ne Treppe. Ah, das wär hier wohl zu offensichtlich, ne? Hier mal wat hinlegen. Dat kriegt hier nich hin, ne? Ach, da oben hin. Ich dachte da ins Nirvana. Hui, was seh ich denn da? Ich durche mich nicht! Was? Also, sie hat mir nichts zu sagen. Wir sind hier unter uns, Schicksalsbringer. Komm, bringe deine Elfenweise zu mir. Oh, das hab ich vor. Brauchst du einen, äh, Minx-Pomber? Wer war das? Uh. Ja, das kommt davon. Oh, nu? Liegst du da nieder? Weil das wollte ich nicht. Also, das mitnehmen, mein ich, da. Guck mal, hier ist wieder ein Katapult. Aber das kann man nicht benutzen. Da fehlt die Schussscheibe. Zum Schussen. Ich würd auch gerne nochmal wieder einen Schuss erfinden. Ah. Oh. Ich hab'n Loch geschossen. Ha! Du hättest dich ducken sollen. Oder blocken. Keine Ahnung. Aber nicht sterben. So. Wie viel kam denn da hintereinander? Hä, 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 hä? War das nicht ein bisschen übertrieben? Warum kann ich da nicht hoch? Warum kann ich da nicht hoch? Jetzt kann ich da hoch. Jetzt hab ich nen Schluck auf. Jetzt bin ich wütend. Jetzt will ich gucken, was hier ist. Hier ist was. Ich weiß das. Guck mal, der wollte hier hoch. Der wollte hier hoch. Hier, 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 hier. Da ist ein Feuer. Da will ich hin. Ich kann mich hier nicht hochglitschen. Hier geht nicht. Alpha Wand. Arschlöcher. Dann lasst mich doch da runterfallen, wenn ich das will. Ja, ihr seid auch nicht besser als Tina hier. Die Entwickler, meine ich natürlich. Nicht ein Stück besser. Wir gucken noch da hinten hin. Aber erstmal gucken wir in die Waffenkiste. Uh. 3000. Hätte ja sein können, dass hier noch irgendwas zusammenkommt. zu sehen ist. Sieht aber nicht so aus. Oh, hier liegt ja noch was. Nimm ich. Hier ist auch nix weiter. Okay, 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 okay. Jetzt will ich ja nicht das Unvermeidliche heraus. Schicksalsspitze. Schicksalsspitze. Aha. Dann gucken wir hier erstmal noch. Hier ist aber nur Munition. Eine Sortierrunde. Was haben wir hier? Oh. Oh, der ist gar nicht so sehr viel langsamer. Ein bisschen mehr kraftvoller. Sonst nichts, ne? Das andere behalte ich alles soweit. So, was haben wir hier weg? Weg. Da haben wir noch einen Schirm und da auch. Die können aber auch beide weg. Neun. Noch ein Gift. Ein Strom. So, ja, ist ein bisschen wahllos. Ich will jetzt auch gar nicht mehr so lange rumzaubern. Ja, Clownbringerin Kraft. Die brauchen wir hier. Da haben wir, denke ich mal, auch das ausgewählt. Nein. Ich brauch Geld. Ich verliere mir so viel. Es rinnt mir durch die Finger. Also das Geld. Hab ich schon. Wir waren wieder auf 183. Und dann kam der Tod. Jetzt kommt er gleich wieder. Jum. Ein Film. Als ihr die Pyramidenspitze erreicht. Seht ihr? Eigentlich. Stelle ich mich lieber selbst vor. Aber vielen Dank. Go deep, Dragonlord. Oh je. Oh. Oh. Das ist der Zwerg eures Unsehens. Bring dich nicht mit dem Westen an. Ja, ja, du bist eine äußerst wilde Pflanze, ich weiß. Wo, 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 wo ist er? Ah, das war meine. Wo ist er? Da ist er. Zieh dich. Ah, scheiße. Meine händlose Herzschule hat gerade erst bekommen. Da hat Tränen in einem die Augen. Ah, das ist der Zwerg. Da ist er, da ist er, da ist er Ich glaube an dich Knie nieder vor deinem Dragonlord Keine Götter oder Wacken Hoppla, das sollte nur ein Warnschuss sein Ich bin unbesiegbar Oh Dir geht's nicht mehr so gut, ne? Das Seelenschwert größer mit euren Händen vorm Macht Seine Kraft ist absolut grenzenlos Was können wir damit anstellen? Götter bekämpfen? Oh, Selbstgötter werden Oder wir schmieden ein neues Reich Damit die Wonderlands auf ewig sicher sind Narren, wir wissen beide, dass der Schurke sterben muss Marshal, räche deine Königin Das Schicksal mit zweit uns nicht, es eint uns Was jetzt? Mein Loot? Da war noch so viel Mach keinen Scheiß Ach Arschlau Lebt wieder Ja! Hey Neuling, das war's dann Echt krass, es hat geklappt Also ganz ehrlich, davon hätte ich nicht mal gedacht Du Bankers & Badasses Naturtalent Wisst ihr was? Wir sind eine echt verdammt gute Heldenparty Wir sollten das bald mal wiederholen Äh, wie wär's mit sofort? Ich hab noch alle Hand auf Lager Ich glaub es ist vorbei Mein Loot! Kann man das abrechnen? Ich will wissen, was aus meinem Loot geworden ist Ich will das jetzt wissen Was ist mit meinem Loot? Hallo? Hallo Spiel? Mein Loot? Huh? Da lag noch so viel Ich hab noch unerledigte Dinge Nein! Kein Ende Nein, das akzeptiert Oh Äh, ich hab jetzt äh Ich hatte jetzt äh Jetzt hab ich's kaputt gemacht Ich hab den Abspann kaputt gemacht Ich hab Immer wenn die Musik kommt Wenn ich raus geh Guck mal Der läuft schneller Ah, ich hab's ausgetrickst Ach immer wenn so ein Bild kommt wird's langsam Scheiße Äh, das läuft ganz komisch Ich seh das auch an meiner OBS Software Hier ist irgendwas faul Ja Ich kann's nicht abbrechen Ich melde mich gleich wieder Warte mal Guck mal, dass ich hier rauskomme So, dann brech ich mal die Aufnahme ab Und wir sehen uns gleich wieder Hoffe ich Guck mal, was das Pferd hier macht Ich glaub ich nehm jetzt nur noch die guten Sachen mit Das kotzt die die ganze Zeit irgendwelche Dinge aus Ich liebe diesen Gaul Clownbringer Aha Könnte die ich eventuell gebrauchen Oh Hier ist ja noch was Güldenes Der Ring Hier auch Noch ein Ring Coole Sache Ich kann mit ihm noch reden Dann tun wir das mal Du hast sie zurückgebracht Ich schätze für einen Schicksalsbringer ist nichts unmöglich Aber wieso verschonst du mich? Es wäre leicht die Welt gespalten zu lassen Aus Angst, Wut und Schuld getrennt zu bleiben Wir könnten uns vormachen Einsamkeit wäre sicherbar Aber niemand muss so leben Nicht einmal du Ich fühlte mich allein Ich dachte ich hätte meine Verbindung zu ihr verloren Als ich aufhörte ihr Schicksalsbringer zu sein Aber ich bin immer noch ein Teil ihrer Geschichte Vielleicht hat sie mich aus einem Grund hier behalten Um Helden zu treffen Wie dich Jetzt sieh mal an wer da plötzlich introspektiv wird Kaum wurde der Hintern versohlt Kaum zu glauben Weißt du was? Ich verstehe Das hab ich verdient Aber ehrlich gesagt bin ich gerade etwas planlos Ich habe den Endkampf noch nie überlebt Was macht man so, wenn man nicht versucht Die Welt mit Finsternis zu überziehen? Arschgaul Majestät, ich Vergebt mir euren abgeschnittenen Kopf und den Fast-Welt-Untergang Alles cool? Hand drauf Huf drauf 200 Jahre in dieser Burg? Das ist doch total Gerecht Was auch immer meine Königin für klug hält Ihre super tolle Majestät sagt Es soll eine große Feier in Backtuch geben Wenn du zurückkehrst, Neuling Aber kommen wir nun zu deiner Bossbeute Hä? Ich bin hier einfach runtergefallen Och, das geht hier noch weiter Oh, ihr seid ja bescheuert Wir gucken mal Wir machen erstmal alle auf Oh, ich bin im Paradies Die Lila nehme ich gleich Hier ist nicht eine goldene bisher zwei gewesen, ne? Nur grün und blau Schmück die Sau Das nennst du Bossbeute? Das ist aber peinlich Oh Das ist ja wirklich enttäuschend Nein, will ich nicht Dann nehm ich erstmal die Sachen mit Die bisschen Geld bringen Ja, ich, der, der, der Papa guckt noch ein bisschen, ne? Das ist ja wirklich traurig Drei Bossbeute Lächerlich ist das Das ist keine Bossbeute Was ist denn da Boss dran? Ich kann alles mitnehmen hier Ich hab so viel Platz Ah, ich bin voll Gut, okay, mir reicht's Äh, es geht noch weiter Jetzt lass hier nichts mehr fallen Und jetzt, wo soll ich denn jetzt hin? Ich kann nochmal mit ihm sprechen St Weil wir's können Wechsel zu Prüma Finde die Prophezei-Schriftrolle Ach so, ich soll hier noch was finden Wo finde ich die denn? Wie soll es das Ding hier sein? Nee, ne? Clownbringerrüstung. Die ist unter mir. Da. Die habe ich nicht voll genommen. Kuschelig. Oh, das ist noch gar nichts. Ich habe Pläne, Baby. Wir sind bald überall Bomben und heiße Babys. Ist das ein Tee-Service? Kann ich mich setzen? Nein, 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 nicht da hinsetzen. Dieser Platz ist reserviert. Okay, also Tina, ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Hoffentlich habe ich dir Punkers und Badasses nicht versaut. Oh, das? Das habe ich längst vergessen. Ja, äh, wieso? Willst du spielen? Ich kann im Moment nicht. Anführer einer Armee zu sein ist mehr Arbeit, als ich dachte. Aber wenn es besser läuft, können wir spielen. Versprochen. Okay, aber wir spielen meine Kampagne. Ich arbeite da an was. Kann es kaum erwarten. Du bist bestimmt ein toller Bankermaster. Ich weiß es. Okay. Zurück nach Haus. Äh. Ja. Da müsste ja auch jetzt noch was Neues sein. Und wir waren ja auch noch nicht im Königspalast. Ich fühle mich magisch. Ich werde jetzt erstmal das Übliche. Tschüss. Das ist aber neu. 537. Aber hatten wir nicht hier was anderes? Wollte wir es können. Der macht aber Stromschaden. Strom ist gut. Strom ist gut. Ich erzähle dir wieder Sachen. Ach, was soll's. Aber sehr langsam, ne? Weg. Wird alles verkauft. Es muss alles raus, was kein Stecker hat. Das ist ein Dingen. Das Dingen haben wir hier. Wir vergleichen. Weg. Das ist eine Pistole. Die haben wir hier. Wir vergleichen. Weg. Was bist du? Eine Schrotflinte. Da ist sie. Oh. Aber nur 5. Ich hab da 11 drin. Aber der Schaden ist ja phänomenal besser. Nimm' wir gleich mal rein hier. Hä? Was bist du? Ach, was soll's hier. So. Wir hängen viel zu viel an alten Dingen. Oder so. Glaub ich. Wir haben hier einen schönen Ring. Der macht Schusswaffenschaden. 15. Den muss ich mal schützen. Der macht Gefährtenschaden. 15. Den muss ich. Legendär. Den hab ich ja immer gern genommen, ne? Der war der neu. Nahkampfschaden. 15. Nahkampfschaden. 15. Ja, brauch ich nicht. Die haben denn hier unterschiedliche. Ach, was soll's. So. Der kann auch weg. Viel zu viele. Zauberschaden. Schusswaffenschaden. 15. Hab ich schon. Zauberschaden. 15. Mal sehen, wenn ich hier bin, dann heißt das. Tja, was heißt das dann nur? Ich kann mich immer nicht entscheiden. Da ist es mir ganz einfach. Oder mach ich es mir ganz einfach. Spornhüter und Klauenbringer. Kraft 15. Ist sogar noch meine. Aber die behalte ich natürlich. Kilomand. Nein. 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 So. Oh, hier haben wir ja auch wieder welche, ne? Aber Gott sei Dank nur Sonne. Sonne haben wir. Wir haben ordentlich einen gesammelt. Mann, Mann, Mann. Hier haben wir noch einen neuen. Aber ich brauch beiden mit Klauenbringerkraft. Na, der kann auch weg. So, Automat. Ich bin gleich bei dir. Ich muss jetzt nochmal hier unten schauen. Da. Den haben wir noch nicht. Siehst du? Ist da noch irgendwo einer versteckt? Vielleicht. Nö. Hi. Oh, jetzt ruckelt es hier. Oh, 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 oh. Hier ruckelt es jetzt extrem. Das ist nicht gut. Ich werde jetzt die Gelegenheit machen und hier einen Stopp machen. Und wir sehen uns dann in... Ich werde das Spiel mal neu starten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ein bisschen mache ich noch. Vielleicht gibt es ja hier noch ein paar Sachen zu erledigen. Und da oben müssen wir ja auch noch hin. Guck. Wir... Ich kann ja auch mal kurz gucken. Noch läuft das hier. Wir haben auch nur diese eine Quest. Wir haben keine Punkte gekriegt. Wir haben keine Skillpunkte bekommen. Nächste Folge geht es weiter. Tschüss. Wir haben eine Frage. Vielen Dank.